Das ist jetzt totaler Zufall, dass wir noch ein Stück im Bett haben. Man muss sagen, das Programm haben wir zusammengekürzt, massiv zusammengekürzt, genau. Wir hätten sogar noch ein paar Stücke, aber wir könnten noch Stunden, wir haben noch Zeit. So, jetzt spielen wir wieder etwas Versöhnliches. 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 Musik 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 ARD Text im Auftrag von Funk Vielen Dank.